Der Tod wird euch durch die Hand der Kinder des Thanos zuteil. Seid dankbar, dass eure bedeutungslosen Leben dazu beitragen, dass... Tut mir leid, die Erde hat heute leider geschlossen. Also packt euren Kram wieder zusammen und verschwindet. Träger des Steins, spricht dieses schnatternde Tier auch für dich? Sicher nicht, ich sprech für mich selbst. Ihr betretet unerlaubt diese Stadt auf diesem Planeten. Soll heißen, sie leine doch. Vielmehr mit Selbstmord. Verstehe, dann pass gut auf dich auf, Hann. Darin bist du ja ein Meister, nicht wahr? Ey, Luke. Wölge die Macht mit dir sein. Alle Einheiten melden. Rot 10 bereit. Rot 7 bereit. Rot 3 bereit. Rot 6 bereit. Rot 9 bereit. Rot 2 bereit. Rot 8 bereit. Rot 5 bereit. Wie soll ich das tun? Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Nein. Ich bin dein Vater. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, niemals. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Nein. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ich war es und werde es immer sein. Ihr Freund. Leben sehr lange. Und in Frieden. Zur Hölle mit unseren Befehlen. Alarmstufe Rot. Alle Mann auf Gefechtsstation. Energie. Ich komme wieder. Hey Kumpel. Hast du deine tote Katze drin oder was? Mögliche Antworten ja, nein. Was verschwinden Sie bitte? Kommen Sie später wieder. Fick dich selber, du Arschloch. Fick dich selber, du Arschloch.